Hallo zusammen, hier spricht Anton Gremhout. Ich habe das Spiel Helikopter Air Ambulance Simulator fertig gespielt. Hier der Beweis und Ingame Aufzeichnungen von den Missionen. Einmal hier auch. Einmal hier. Ich habe es auch schon mal hier. Es geht um, wie ich euch hier befine. Ich bin hier aus der Beweis und in der Beweis auf den Missionen. Ich bin hier aus der Beweis auf dem Missionen. Ich bin hier aus dem Missionen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020